Ah, schönen guten Tag an diesem wunderschönen Sonntag zum Job-Talk. Wir haben heute einen bezaubernden Gast. Wie sagt man denn die weibliche Form davon? Gästin? Nee. Wir haben einen wundervollen Menschen, der uns heute ein bisschen was erzählt zu... Wartet, ich zitiere den kompletten Satz und auch den kompletten Job. Es ist nämlich ein halber Zungenbrecher. Ich lese vor. Moment. Vertrauen Sie mir, es ist wichtig. Sie ist die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsassistentin bei einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Berlin. Versteht ihr das Problem? Hallo. Ja, Entschuldigung. Hi. Hi. Mit wem haben wir denn das Vergnügen heute? Ja, hi, ich werde... Also, im Discord und alles, was irgendwie das Internet betrifft, nennt man mich Lizmee. Oder Liz ist cool. Ansonsten Lisa. Wir kennen uns ja beim richtigen Namen ja auch. Von daher, ja. Hallo, Lisa. Das bin ich. Hi. Wie ist es denn? Bist du ein bisschen aufgeregt, nervös, was von deinem Job zu erzählen? Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Ja, das ist... Also, sonst kommen die Leute zu mir und sagen, hey, du machst doch irgendwas mit Steuern. Hast du nicht Bock, meine Steuererklärung zu machen oder mir zu helfen? Aber mehr über den Job spricht man ja dann meistens nicht. Warte mal, also passiert das wirklich häufig? Ja, fast jeden Tag. Ehrlich? Also im Internet oder jetzt auch so im realen Leben? Sowohl als auch mein... Ich glaube, mein bester Freund hat dahingehend eine Standleitung irgendwie aufgebaut. Hey, kann ich nicht das und das von der Steuer absetzen? Geht das nicht irgendwie? Ja. Genau. Na gut, aber wenn man nun mal den Kontakt hat... Also ich sag mal, bei Freunden ist das ja was anderes. Aber wenn sich jetzt random Menschen fragen, ob du die Steuer machst? Das Ding ist, man entwickelt natürlich auch so eine Allergie gegen Bullshit, weißt du? Ja. Hinsichtlich steuerlicher Themen im Internet. Und wenn dann einer sagt, hey, mach das doch so und so, dann kann ich mich schwer zurückhalten, zu sagen, hey, was du da gerade laberst, ist vorkommender Stoss. Kommt das auch häufig vor? Ja. Ja. Also, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ja, mach. Ich bin, also ich bin, also ich habe ein BWL-Studium gemacht und hatte eigentlich überhaupt nicht vor, in die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung zu gehen. Ähm, bis mich dann mein Freund, der sich dann auch im Streaming-Bereich tätig gemacht hat, gesagt hat, ja, wie versteuer ich denn das Ganze eigentlich? Also habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und aus Hobby wurde dann Beruf. Ja, so viel dazu. Und jetzt arbeite ich seit Anfang 2020 in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung und bin jetzt auch, ähm, gerade, also ich habe jetzt gerade auch meinen Arbeitgeber gewählt. Also, ich verwechselt quasi von einer mittelständischen Kanzlei zu einer Big-Four-Gesellschaft. Äh, das heißt, ähm, ja, ich mache eigentlich nur noch Wirtschaftsprüfung. Also, du bummst gerade Leute richtig hart. Ich bummse Leute gerade richtig hart und es macht ganz viel Spaß. Sofern man das mit dem Thema Steuern und Prüfung assoziieren kann. Ja, also, es war ein total schöner Job-Talk heute mit dir und, äh, wir können jetzt hier auch abbrechen, weil ich als mittelständischer Unternehmer fühle mich gerade diskriminiert und sage, nein. Okay, nein, Spaß beiseite. Lass uns doch mal ganz weit zurückspulen, damit die Menschen ja auch irgendwie ein bisschen was anfangen können, wie so dein Werdegang war. Also, nur um das kurz festzuhalten, äh, in einem Satz, Menschenbumsen ist dein Hobby. In Steuern meine ich jetzt. Nein, das Finanzamtbumsen ist mein Hobby. Ach, okay. Okay, gut. Dann sind wir uns da definitiv erstmal einig, dass was gut ist, weil ich hab nämlich gedacht, äh, deine Mandate oder halt die Menschen. Gut, gut, gut. Du bist also eine von den Guten. Und stets bemüht, eine von den Guten zu sein. Sehr gut, gut, gut. Also, bist du mehr so ein Batman. Bad Woman, Entschuldigung. Ja, sonst eher gesagt, Team Marvel als Team DC. Bin ich, hab ich's schon verkackt? Hab ich's schon verkackt? Nee, absolut nicht, nein. Marvel ist auch fetzig, aber Batman geht schon gut nach vorne. Batman ist schon cool. Der coolste Batman ist entweder Christian Bale oder, ich fand auch Robert Pattinson eigentlich ganz geil als Batman. Aber, ja, ich glaub, das müssen wir jetzt nicht thematisieren, oder? Nee, aber das schafft für Sympathie-Punkte. Wir wollen ja auch Menschen auf deine Seite holen. Du brauchst ja mehr Menschen, die dich fragen, ob du den Stuhl machen kannst. Ja, so in etwa. Aber gut, spür, spür wir mal zurück. Also, wie bist du denn für dich selber dazu gekommen, doch diesen Weg einzuschlagen? Weil als Kind wolltest du doch bestimmt irgendwas anderes machen, oder nicht? Nee, total. Ich behaupte von mir selbst, ich wäre gerne ein Mensch gewesen, der als Kind aus der Gebärmutter geflutscht wäre und gewusst hätte, was er beruflich machen würde. Aber leider bin ich das nicht. Ja, es hat tatsächlich einige Praktika, Berufsausbildung, Studiengänge gedauert, bis ich gewusst habe, was ich mache. Also, ich habe mal so ein Halbjahres-Praktikum, das war aber für die Fachhochschulreife quasi, da habe ich so ein Halbjahres-Praktikum in der Bank gemacht. Ich habe auch immer neben dem Schulleben, neben meinem Schülerin-Dasein gearbeitet. Was habe ich noch gemacht? Eigentlich relativ viel. Also, ich habe mir auch das Studium dann selbst finanzieren müssen. Und dann landest du sowieso in ganz vielen verschiedenen Unternehmen. Und, ja, wie gesagt, ich habe nach meinem Erststudium Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, habe ich eine Ausbildung zur großen Außenhandelskauffrau gemacht. Allerdings, ja, überhaupt keine kaufmännischen Berührungspunkte gehabt. Also, das Unternehmen war ein Werkzeug- und Maschinengroßhandel. Das heißt, eigentlich habe ich, oder war ich den ganzen Tag damit beschäftigt, quasi, ja, also Holz- und Metallverarbeitende Maschinen zu verkaufen. Und eben dann auch mal zu reparieren. Also, wir haben später eine Reparaturabteilung gemacht. Das heißt, die erste Anlaufstelle für Reparaturen war dann ich. Ja. Wie bist du denn jetzt, ähm, wie bist du denn jetzt von Elektrotechnik zu ich mach Maschinen? Wie bist denn du, also, wie bist denn du diesen Weg gegangen? Also, was ging denn da so innerlich in dir vor? Oh, ganz, ähm, das lag vielleicht mit meinem damaligen Freundeskreis zusammen. Okay. Ähm, der viel in, ja, der viel so gemacht hat mit, hey, wir frisieren doch mal unsere Mopeds. Oder hier, wir schrauben in unseren Autos irgendwie rum. Ähm, also, ich fand Technik oder, ähm, finde auch Technik nach wie vor total spannend. Bin aber einfach auch nicht mehr, also heute auf jeden Fall nicht mehr in dem Thema drin. Ähm, aber ich fand das toll. Ich fand das geil. Ich fand alles, was, was Strom, was Handwerk, was Elektrizität, ähm, physikalische Gesetze. Mathe war auch immer mein Ding. Ja. Ähm, hab ich gedacht, oh, weißt du was, probierst es doch einfach mal. Okay. Ja. Und von den damals über 200 Kommilitonen aus meinem Studiengang waren wir genau sieben Frauen. Ja, ist doch cool. Also, sieben sind ja schon mal mehr als keine. Also, ja, absolut. Aber ich, also, von dem, was ich damals miterlebt habe, wie man auch mit, mit Frauen in Tech auch umgegangen ist, ähm, war es für mich einfach auch nach dem, nach der Ausbildung keine Option in dem Beruf zu bleiben. Okay. So. Also, einfach, weil man tagtäglich mitgekriegt hat, dass Frauen nicht akzeptiert und in dem Beruf wahrgenommen wurden. Ähm, ich hoffe sehr, dass sich das heute massiv geändert hat. Ähm, aber das ist meine Erfahrung zu dem damaligen Zeitpunkt. Also, ich hatte damals, ähm, gerade im Rahmen meines Studiums auch, ja, ich glaube, das kann ich nennen, ähm, Vorstellungsgespräche bei Audi und so weiter. Also, ähm, also wirklich bei namen, ähm, bei namenhaften, ähm, Automobilherstellern, die gesagt haben, nee, du bist eine, du bist eine Frau, so nach dem Motto, ich kann mir hier nicht gebrauchen. Ähm, oder du bist eine Frau, du hast auch davon überhaupt keinen Plan. Und, äh, ich glaube, die Energie hatte ich nicht, mich da zu beweisen. Also, hab ich gesagt, okay, dann ziehst du wenigstens jetzt die drei Jahre Ausbildung durch und dann guckst du mal. Ähm, und, ja, ehrlich gesagt, wenn man so in einer kleinen Stadt irgendwie lebt, dann, und, und, und dann frischer Kaufmann ist oder Kauffrau ist, dann bleiben vielleicht 1100 Euro netto abzüglich Kosten dann noch irgendwie über und das hat mir einfach nicht gereicht. So, es gab in, in dem Betrieb, wo ich meine Ausbildung gemacht hab, für mich kein, kein, wie sagt man denn, kein Weiterkommen mehr. Ja. So, und dann wär ich da versauert. Ja, und dann wusste ich, ich muss nochmal irgendwie was, nochmal was Neues machen und, ähm, hab mich dann einfach bei verschiedenen Unis, unter anderem auch in Berlin, äh, dann nochmal für einen Bachelor, äh, vorwiegend BWL beworben. Ja. Weil ich dann gedacht hab, okay, BWL, ähm, ja, man verteufelt das so. Also, BWL sind ja immer die Leute, die, oder BWLer machen, oder BWL studieren meistens ja auch die Leute, die gefühlt nicht wissen, was sie machen wollen. Aber, zumindest sagt man das ja auch so nach, ne? Na, BWL geht man studieren, wenn man, also als Mann beispielsweise sehr viele Frauen um sich rum haben möchte. Nur, wenn du dich auf Marketing spezialisierst. Ja, aber so die ersten Vorlesungen BWL, kann ich mich in der Studienzeit noch dran erinnern? Also, 1500 Mann im Saal, davon waren 1200 Frauen. BWL. Also, bei uns ja eine Uni, da war es. Mhm. Bei uns war es ziemlich gemischt, muss ich sagen. Mhm, okay. Ähm, aber ja, so, dann hab ich angefangen BWL zu studieren. Mhm. Ähm, und hab mich dann vertieft auf Finanzwissenschaften und Steuerrecht. Und muss so gestehen, im Studium hat mir Steuerrecht überhaupt keinen Spaß gemacht. Meine Kernfächer waren wirklich alles, was mit Finanzen, Finanzmathematik, ähm, Portfolioanalysen, äh, Börsenanalysen, ähm, Investmentbanking, das war mein Ding. Ich hab auch meine Bachelorarbeit im Bereich Investmentbanking geschrieben und gar nicht zum Thema Steuerrecht. Okay. Äh, genau. Also, falls sich jemand mit, mit Robo-Advisory irgendwie auskennt, ich hab dazu meine Bachelorarbeit geschrieben. Ähm. Der Stolz in der Stimme ist sehr schön. Fittest du? Äh, es geht eigentlich. Wie, war nicht so gut, oder wie? Doch, das ist auch sehr gut benotet worden. Aber, ähm, ja, im Endeffekt kann ich ja damit heute ja auch nicht mehr so richtig viel anfangen. Also, mir fehlt ja die Zeit effektiv noch, Märkte und Börsenkurse und Nachrichten zu analysieren. Ähm, in der Hoffnung, ich kann für mein privates Portfolio da irgendwelche Vorteile draus ziehen. Ja. Ähm, ja. Deswegen, ähm, für mich wäre es nach meiner Nase, was heißt, wäre es nach meiner Nase gegangen? Dann hätte ich, glaube ich, was im Bereich Investmentbanking gemacht. Aber alle anderen, also im Bereich meiner Familie haben gesagt, boah, willst du dir das wirklich antun? Ähm, und ich soll mir doch die Frage stellen, so nach dem Motto, ob ich A, dem Stress an der Börse und im Investmentbanking, gewachsen bin, ähm, und auch, ja, vielleicht nicht, ob ich mir diese Männerdomäne einfach wirklich nochmal antun will. Ja. Also, also, genau. Und zu der Zeit, irgendwann um die Erstellung meiner Bachelorarbeit rum und, glaube auch, schon definitiv vorher, weit vorher, hat mein Freund angefangen auf Twitch zu streamen. Ja, und dann natürlich ergibt sich dann so ein bisschen die Frage, okay, was passiert eigentlich mit der Kohle? Ähm, und, und, also, wie muss ich das versteuern? Was muss ich damit machen? Wie gebe ich das in der Steuererklärung an? Muss ich ein Gewerbe anmelden? Es kommt doch gar nicht so viel Kohle gerade dabei rum, ne, gerade in den Anfangsstadien und so weiter und so fort. Ja, und, ähm, dann fängt man an, sich in das Thema einzulesen. Und man hat sowieso natürlich irgendwie dann auch ein, also durch das Studium ein gewisses steuerliches Verständnis. Und dann fängt man da an, sich dann einzuarbeiten. Und als dann die erste Steuerprüfung dann auch kam, war ich dann so tief in der Thematik drin, zu sagen, hey, das Finanzamt hat mit seiner Einschätzung Unrecht. Und da habe ich gewusst, boah, da will ich hin. So, das ist schon cool. Also, und das macht mir Spaß. Also, bei deinem Freund damals kam das Finanzamt und hat halt eine falsche Schätzung abgegeben. Richtig? Ja, so nach dem Motto. Also, spätestens, wenn, wenn du umsatzsteuerpflichtig wirst, ähm, ich meine, das wirst du ja auch kennen. Und ich gehe stark davon aus, dass du ja auch umsatzsteuerpflichtig bist. Nein, ich bezahle keine Steuern. Das sind alles nur Spenden. Ähm, dann geht's ja auch darum, was passiert mit den Twitch-Einnahmen, die aus den USA kommen? Ähm, was passiert mit, ähm, viele Streamer nutzen ja, glaube ich, auch Tipi-Stream. Ja. Tipi-Stream hatte seinen Sitz, hat, hatte seinen Sitz in Frankreich. Ähm, Amazon, äh, trotz Luxemburger, ähm, Sitz, also, also die Gelder werden zumindest aus Luxemburg gezahlt. Aber wie ist da eigentlich der Versteuerungsweg? Und wenn dann plötzlich irgendwie, äh, eine größere Summe Geld plötzlich als nicht steuerbar deklariert wird, dann macht das Finanzamt erstmal, ja, aktiviert die Lupe, die Lupe sozusagen. Ja. Und schaut da genauer hin. Ja, und dann ging natürlich erstmal die Debatte los. Beweisen Sie denn doch mal auf welcher, oder sagen Sie uns dann doch mal bitte, auf welcher steuerlichen, auf welchen steuerlichen Regeln, äh, zu welcher, ja, wie sag ich's dann? Ähm, also wie ich dann zu diesem Gutachten komme, dass das nicht steuerbar ist. Ja, und dann setzt man irgendwie ein vierseitiges Schreiben auf und schickt es dem Finanzamt. Ja, und dann ist das wieder fallen gelassen worden. Und so bist du quasi da hingekommen zu sagen, auf Steuern hab ich Bock. Ja, weil ich gedacht hab, boah, ich kann mich da schon dran gewöhnen, ähm, dem Finanzamt permanent in den Arsch zu treten. Ich muss, vielleicht auch kurzer Einwand. Ja. Als ich angefangen hab, mir das alles zum Thema Twitch-Einnahmen und so weiter, also das ganze Thema Livestreaming, das ist so undurchsichtig fürs Finanzamt. Und ich bin auf so viele, viele Gruppen, Steuerberatergruppen, Foren gestoßen, die gesagt haben, ich hab auf das Thema gar keinen Bock. Ich hab gar keinen Bock, mich damit irgendwie reinzuhängen und mir die Mühe zu machen, mir das zu erarbeiten und so weiter. Also, hatte ich den Eindruck, dass es diesen Markt für Streamer oder für Leute in dieser Branche gar nicht so richtig viele Leute gibt, die sich damit auskennen. Nee. Leider nicht, nee. Ist auch heute noch so. So. Ja. Aber von da an bist du dann, äh, also, dann hast du den Schritt gemacht, jetzt Streamer zu betreuen, oder also machst du das jetzt auch in der Firma, in der du bist, oder wie ging's ab da an weiter? Genau, also ich hab dann, nach Bestehen meines Bachelors, äh, hab ich dann einfach angefangen, Bewerbungen zu schreiben in 2020 und bin dann in einer mittelständischen Kanzlei gelandet, ähm, und hab dann sowohl das Thema Steuerberatung, also auch alles rund um, ähm, ja, ja, viele freiberuflichen Tätigkeiten, also die Kunsthändler, auch mal den einen oder anderen Heilpraktiker oder der Autor oder der Musiker, ähm, ja, auch mitbetreut, aber natürlich dann auch, ähm, dann, dann Unternehmer, die Großunternehmer und Unternehmen, äh, gerade hier in Berlin sitzend, also alles rund um laufende Buchhaltung, laufende Umsatzsteuervoranmeldungen, äh, Jahresabschlusserstellung und so weiter und so fort. Okay. Ähm, aber auch, ja, also meine Arbeit ist in den zwei Jahren auch immer mehr Richtung Wirtschaftsprüfung eigentlich gegangen und gar nicht so richtig mehr zur Steuerberatung hin selbst. Ja. Und, also vielleicht die Leute, die das nicht wissen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung unterscheidet sich dahingehend, dass du, während du in der Steuerberatung sowas wie die laufende Buchhaltung erstellst, den Jahresabschluss erstellst, die Steuererklärung erstellst, bist du ab einer gewissen Unternehmensgröße dazu verpflichtet, ähm, dich auch prüfen zu lassen von einer dritten Partei quasi, also von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in dem Sinne. Mhm. Das heißt, dass wir als Wirtschaftsprüfer den aufgestellten Jahresabschluss, also es geht gar nicht unbedingt per se um die Steuererklärung und so weiter, aber wir sind, oder wir werden beauftragt zu gucken, ob der Jahresabschluss, der aufgestellt worden ist, frei von wesentlichen Fehlern ist. Okay. Ja, und das unterscheidet sich dahingehend, dass du auf eine andere Art und Weise mit dem Unternehmen vertraut wirst und das ist der Grund, warum ich das, den Job auch so unfassbar spannend finde, weil nirgendwo wie in der Steuerberatung und auf jeden Fall auch nicht, auch in der Wirtschaftsprüfung hast du die Möglichkeit, in so viele verschiedene Unternehmen reinzuschauen. Du lernst die Prozesse der Unternehmen kennen, du lernst natürlich auch das Fachpersonal kennen, also Leiter Rechnungswesen, CEO, CFO und so weiter, aber auch hin zum kleinen Lagerarbeiter, wenn wir dann rund um den Jahresabschluss irgendwie mal gucken, ob die Inventur richtig aufgenommen wird. Also das sind auch alles solche Sachen, die wir mitbetreuen und da geht es wirklich hin von, ja also ganz unterschiedlich dem Trockenbauunternehmen, zum Online-Großhändler, zum Stahlproduzierenden Unternehmen, zum großen Pressespiegel, also alles ist da irgendwie mit dabei und da die Möglichkeit zu haben, so viele Unternehmen kennenzulernen, ich glaube in der Position steckt kein anderer, außer du arbeitest jetzt irgendwie in der Steuererfahrung. In der Steuererfahrung, ja das ist ja die Gegenseite, die mögen wir ja jetzt erstmal nicht. Genau, oder Betriebsprüfer oder wie die sich sonst alle noch irgendwie schimpfen, aber ja, das liebe ich unfassbar an meinem Beruf. Wie alt bist du jetzt eigentlich? Ich bin letzte Woche 33 geworden. Easy peasy. Dann kannst du ja jetzt zwei, drei Jahre Erfahrung sammeln und dann kannst du ja selber ein Riesenunternehmen aufmachen, in der Theorie oder nicht, weil du beherrschst ja, also du hast ja die ganzen Kenntnisse oder nicht? Ja, ob man das immer, ob man das immer selber machen will, ist natürlich die andere Frage. Dadurch, dass, also ich befinde mich ja gerade in der, in der Vorbereitung zum Steuerberaterexamen für nächstes Jahr, also die Steuerberaterexaminer finden jedes Jahr im Oktober statt. Das sind drei Tage, wo sechs Stunden zu verschiedenen Themen, ja, Prüfungen abgelegt werden. Da befinde ich mich jetzt schon in der Vorbereitung, also seit diesem Jahr im Mai, Juni. Und, ja, mit einem Steuer, also als Steuerberater, als Steuerberaterin, ähm, hat man da definitiv mehr Möglichkeiten, ähm, selbstständig auch zu arbeiten, beziehungsweise sind das die, die ja auch als, als freiberuflich tätig, also die in der Kataloggruppe der Berufe ja aufgezählt werden. Das heißt, da darf man ja sich wirklich auch freiberuflich nennen. Ähm, das ist anders als beim Wirtschaftsprüfer. Also beim Wirtschaftsprüfer brauchst du definitiv irgendwie auch ein größeres Team, äh, sonst schaffst du das einfach nicht. Das ist, ja, genau. Wie viele Wirtschaftsprüfungen hast du denn im Jahr? Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, bei meinem alten Arbeitgeber... Willst du jetzt den Arbeitsumfang wissen oder die Anzahl der Mandate? Ja, die, die, also die Anzahl und den Umfang. Damit wir uns mal vorstellen können, was du meinst mit einem ganzes Team. Weil ich glaube, einige da draußen können sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit in deiner Arbeit steckt. Okay, ähm, gut. Dann muss ich versuchen, das irgendwie anders vielleicht noch darzustellen. Also bei meinem alten Arbeitgeber waren wir zu zweit im Team. Ähm, heißt aber auch, wir haben wirklich kleinere Unternehmen geprüft. Ähm, jetzt muss ich überlegen, jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber ist das Team zwischen fünf und 35 oder 50 Leuten auf einem Mandat, also auf einem Unternehmen. Und dann sind wir auch mal das ganze Jahr damit beschäftigt. Okay, da reden wir dann aber von millionenschweren Unternehmen. Dann reden wir dann natürlich auch von millionenschweren Unternehmen. Okay. Genau. Ja. Kann man sich das nur wirklich so vorstellen, dass hier alle in einem Raum sitzt, an so einem riesigen Tisch und der ist einfach voll mit Akten? Die Wirtschaftsprüfung ist Gott sei Dank auch in der Digitalisierungs-, in Digitalisierungszeitalter angekommen. Wuhu! Also, ähm, von daher, nein, mit Akten an sich haben wir tatsächlich wenig zu tun. Das kommt aber tatsächlich auf, ja, auf das Unternehmen selbst drauf an. Okay. Ja, also aktuell, aktuell bin ich zum Beispiel auf einem Mandat eingeteilt, wo der Mandant sagt, wir haben unsere ganzen Belege und Nachweise nicht digitalisiert, die haben wir nur in Papierform. so, ja, also, ja, den Gesichtsdruck habe ich dann auch immer, ähm, wo ich dann sage, puh, ja, schön, wenn wir hier irgendwie, ähm, prüfen wollen, dann setzen wir quasi, oder dürfen wir gefühlt unseren Praktikanten oder Werkstudenten damit, äh, beauftragen, sämtliche Nachweise dann auch irgendwie mal zu digitalisieren, die wir brauchen. Also, ich habe, letztens war meine, meine Mutter bei mir, die ist, äh, Steuerfachangestellte, äh, Angestelltin, und, äh, ich bin der Typ, ich habe alles digital und alles fein säuberlich digital gemacht und der Rest liegt im Schuhkarton. Ist übrigens auch nicht so geil, ich habe dafür auch Ärger gekriegt. Ja, es ist so semi-optimal. Danke, dass du das auch nochmal sagst. Weißt du, ich freue mich immer wie Bolle, wenn ich so, wenn, wenn, wenn ich auf meine Festplatte gucke und denke mir so, geil, ey, ich kann mir Monat Tag aussuchen, Verwendungszweck, ich bin's hundertprozentig. Und dann kommt Mutter und sagt, wo ist denn das auf Papier, falls mal irgendeiner eine Prüfung macht, so, naja, da im Schrank, im Schuhschrank kannst du ja gucken. Nee, das, das ist aber tatsächlich, na, auch inzwischen veraltete Regelung. Also, das Finanzamt ist seit letztem Jahr jetzt auch dazu übergegangen, äh, nur noch elektronische, oder nur noch, wenn sie nur elektronisch, ähm, bestehen, dann auch elektronische Belege zu akzeptieren. Es müssen nicht, sie müssen nicht effektiv mehr in Papierform bestehen. Das ist nicht mehr so richtig. Oh! Geil, ich brauche doch keine Schuhkartons mehr sortieren. Yeah! Wow! Oh, das rettet mir gerade das Leben. Also, wenn du sagst, du bist in der Lage, zu jedem, jeden Beleg, den du hast, zu digitalisieren, und, ähm, geführt auf drei Festplatten irgendwie sicherheitshalber abzuspeichern für die nächsten zehn Jahre deines Lebens, dann mach das, ähm, aber ich, also, auch ich sehe nicht die Notwendigkeit, ähm, da irgendwas in Papierform noch zu machen, und ich hab auch über, lass mich jetzt lügen, die letzten zweieinhalb, fast drei Jahre, nichts in Papierform gemacht, wenn es nicht für meinen Vorgesetzten notwendig war, für meinen Alten, also Alten im Sinne von, ja, äh, Jahren an Lebenserfahrung, äh, wenn er nicht darauf bestanden hat, hab ich die letzten drei Jahre nichts ausgedruckt. Ne, also ich hab auch nur so das, was das Übliche halt, tanken und essen und das, was man halt so hat, ne? Ja, aber da, also selbst da reicht, du machst ein Foto mit dem Handy, lädst es meinetwegen auf deinen Drive hoch und fertig ist der Bombs, so. Also, was soll der Blödsinn mit Belege irgendwie physisch aufheben, wenn sie digital auch vorhanden sind? Ja, das ist, äh, eine schöne Neuerung. Das ist auch eine Frage, die ich dir sogar stellen wollte, wenn wir jetzt eh gerade dabei sind. Du bist ja ja schon, äh, ich geh mal davon aus, ein paar Jahre dabei, oder? Wie viele Jahre bist du jetzt so im Zahlen jonglieren, nenn ich das mal, unterwegs? Vier? Fünf? Drei. Zwei? Drei? Drei. Okay, hat sich das in der Zeit schon sehr doll gewandelt? Oder sind wir da noch in einem Wandel? Wir sind noch, also, hm. Ähm, ich sag immer, dadurch, dass ich noch nicht den Titel der Steuerberaterin trage, bin ich natürlich auch in einer Weisungsfonds, also weisungsgebunden. Mhm. Wenn mein Steuerberater möchte, dass das Schreiben ans Finanzamt tatsächlich noch durch einen physischen Brief erfolgen soll, dann bin ich dazu angehalten, das zu tun. Meiner Meinung nach kommen alle elektronischen Briefe, auch über Elster, äh, genauso an wie jeder Brief auch. Also, ich sehe die Notwendigkeit nicht, Papier auszudrucken, das zu unterschreiben, an die Post zu geben, damit irgendjemand das ans Finanzamt transportiert. Nee, das ist so doof. So. Aber ich hab halt auch wirklich die alteingesessenen Steuerberater, die sich bei der Erstellung einer Steuererklärung alle Unterlagen, also alle, mit Unterlagen meine ich jetzt hier, die gesamte Steuererklärung mit allen Anlagen, das ja auch mal gut irgendwie 60, 70 Seiten sein kann, für eine physische Prüfung der Steuererklärung auszudrucken. Wozu? Wozu? Weiß ich nicht, keine Ahnung. So. Also, ja. Aber das ist ja, das ist doch das Schöne, wenn jetzt frisches Blut, sag ich mal, wie du, da hinterher rutscht, dass, wenn du irgendwann mal eine leitende Funktion hast, dass das doch einfach dann weg ist. Also, du sagst dann halt einfach klipp und klar so, nee, machen wir nicht. Ja, ähm. Also, ich hörte auch schon von, von, äh, Steuerberatern, die nehmen kein Papier mehr an. Wollen die nicht. Nee. Dann bist du bei denen kein Mandat. Nee. Und das ist gut so. Was, was will ich denn, was will ich denn mit dem Papier? So. Wir hatten in der alten Kanzlei tatsächlich Mandanten, die mit acht bis zehn Schuhkartons in die Kanzlei gedackelt sind und gesagt haben, hier sind meine Unterlagen, mach mal. Aber, weißt du, so, da bin ich ja auch erst mal drei Wochen beschäftigt, die ganze Grütze überhaupt zu sortieren. Ja, dann kannst du dich ja auch bezahlen lassen dafür. Ja, und manche machen das ja auch. Also, wenn du die, die Leute hast, die dann sagen, hey, ich bezahle das, dein Stundensatz ist mir egal. Gut, okay. Aber ehrlich gesagt, das ist mir auch zu doof. Du, wenn ich das könnte, also wirklich, wenn ich das könnte, hätte ich jemanden, der meine Buchhaltung macht. Ich kann deine Buchhaltung machen. Nee. Also, ja. Aber nein. Ich hab mich da so dran gewöhnt, weil ich hab, ich hab im Monat, also du wirst lachen, ich hab im Monat 30 Belege. Was brauch ich da jemanden, der die Buchhaltung macht? Ja. So, was soll das? Wir reden ja jetzt hier nicht von exorbitaren vielen Dokumenten. So, wenn ich im Monat 100 Dokumente hätte, ne, dann würde ich das ja noch verstehen, so. Aber mittlerweile dauert Buchhaltung eine halbe Stunde. Also, was soll das? Dann brauchst du ja nur wirklich, wahrlich keine Buchhaltung. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein großer Unternehmer wäre, würde ich sagen, hier, pass auf, kriegst du festgeheilt. Oder mach deinen Stundensatz, je nachdem, wenn du freischaffend bist. Ey, mach bitte einfach alles. Hier. Du kannst, rechne das bitte ab. Rechne das vernünftig ab, dass du ordentlich bezahlt wirst. Und mach das bitte. Weil das ist einfach, darauf muss man Bock haben. Absolut, absolut. Und, also, nach anderthalb Jahren Buchhaltung hängt das einem auch zum Hals raus. Also, für mich zumindest. Weil, das muss man, wie du schon sagst, wirklich mögen. Man muss dafür brennen, nur das zu tun. Ähm, und das ist mit einem unglaublichen Stress verbunden. Weil die Leute, die die Buchhaltung machen, in der Regel auch die sind, die deine Umsatzsteuererklärung monatlich oder quartalsweise oder jährlich dann erstellen. Ja. Ähm, und gerade bei großen Unternehmen, die das jeden Monat aufs Neue machen müssen, hättest du von Abgabetermin zu Abgabetermin zu Abgabetermin. Ähm, und das ist, also, das ist was, wo ich gesagt habe, hey, den Job, den gebe ich sehr dankbar ab. Ja. So. Also, natürlich, es gibt da definitiv auch, auch Tätigkeitsfelder, die auch mir nicht unbedingt immer Spaß gemacht haben. Wollte ich gerade sagen, also, ich meine, dein Werdegang, von wie vielen Jahren sprechen wir denn, bis du jetzt so, sage ich mal, das gefunden hast, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt erst mal Bock drauf. Also, du hast ja nur auch ein paar Stationen schon durchgegangen. Gute Frage, lass das zehn Jahre gewesen sein. Naja, guck mal. Aber du hast zumindest alles mal gemacht, dass du weißt, was die anderen Leute bei dir in der Firma machen, das ist doch gut. Ja, absolut. Und ich habe auch lange überlegt, also, es gab vor ein, zwei Jahren, gab es einen Bericht über eine junge Frau, Anfang 20, die gilt als die jüngste Steuerberaterin Deutschlands. Mit Anfang 20. Und ich habe lange gedacht, so, boah, eigentlich hat die alles richtig gemacht, boah, in deren Schuhen wäre ich auch gern so einen klar strukturierten Lebenslauf. Aber im Endeffekt habe ich gedacht, nee, eigentlich hast du genau alles richtig gemacht und eigentlich, ich will nicht sagen, sie kann mir fast ein bisschen leid tun, aber Im Endeffekt bin ich für jede berufliche Erfahrung dankbar, auch wenn sie nicht so gut war, denn dann kann ich für mich abhaken, das will ich in meinem Leben nicht machen oder das macht mir keinen Spaß oder da und da in solche Unternehmen will ich nicht hin. Und diese Erkenntnis ist auch wichtig. Das stimmt. Fast noch wichtiger als zu wissen, was mir Spaß macht. Ja, aber guck mal, jetzt hat sie ja mit 20, sagen wir mal, wenn sie das mit 20 machen kann, hat sie ja mit 25, 26 so viel Erfahrung gesammelt, da kann die ja machen, was die will. Ja, auf der anderen Seite hat sie aber mit Anfang, Mitte 20 das Ende der beruflichen Fahnenstange erreicht. Wieso, wenn sie denn... Weil über dem Steuerberater kommt nichts mehr. Warum, sie kann eine eigene Firma gründen. Ja, klar, ja klar, aber in der Hinsicht weiterentwicklungstechnisch, oder sie hat ja auch, glaube ich, wenn ich den Artikel richtig in Erinnerung habe, nie wirklich was anderes gemacht außer Steuerberatung. Hat einen, wie sagt man denn, einen knackigen Lebenslauf. So, aber sie hat nur Erfahrung in dem einen Bereich. Was ist denn, wenn sie in ein paar Jahren feststellt, eigentlich war das alles für einen Arsch? Na, dann hat sie so viel Lebenserfahrung gesammelt und hat so vielen Zahlen jongliert, dass sie eigentlich, würde ich sagen, genug Erfahrung hat, um sich was Neues zu bauen. Das hoffe ich für sie. Naja, also sagen wir mal so, wenn du wirklich mit 20 fertig bist, Steuerberaterin zu sein, dann hast du so viel Drive in deinem Leben, also das ist ja schon sehr, sehr früh. Dann hast du ja so viel Drive in deinem Leben, dass ja, also da ist ja fast nichts mehr Hürde. Also ich sag mal, wenn du das Finanzsystem gedribbelt hast, dann ist doch nichts mehr eine Hürde, oder? Also sind wir mal realistisch. Weiß ich nicht. Also ich kenne halt Leute, die dieses Examiner-Phishing halt betreiben. Weißt du, so schnell, so schnell, wie es irgendwie geht, die Examine abzuleisten. Aber das sehe ich halt auch einfach ein bisschen zwiegespalten, weil sich ja so viel auch irgendwie beruflich tut. Und wenn du die Examine aber abgelegt hast, dann weiß ich nicht, ob man nicht in der Gefahr, in die Gefahr läuft, so ein bisschen zu stagnieren. Aber ich glaube, das ist eine persönliche Angst, die ich habe, diese Stagnationsangst. Deswegen, das darf ich nicht auf andere abwälzen. Ich denke, du, ich denke, dass das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, oder? Guck mal, wenn du jetzt sagst, dass du dich so ausleben kannst und das für dich perfekt passt, was ja scheinbar gut zu dir passt, dann muss das ja zu anderen nicht passen. So, wenn jetzt irgendeiner sagt, er will mit 20, guck mal, mein Vater war mit 21 bis heute in derselben Firma. Ein und der war 40, über 40 Jahre war der in derselben Bude. Und der war immer happy. Hat immer sein Geld gekriegt. Der hat nicht viel rumprobiert. Der hat gesagt, ich mache jetzt meinen Elektriker, ist da drin und hat dann für den Rest seines Lebens in der Bude gearbeitet. Und wenn der könnte, würde er das heute wahrscheinlich immer noch machen. Ja. Wie gesagt, voll gut. Ich beneide, oder beneide viele Leute, die Jungen gewusst haben, was sie beruflich machen wollen. Am besten ihr Leben lang. So, da beneide ich wirklich viele Leute drum. Ja, ich auch. Ich auch. Mir geht es ja so wie dir. Du musst auch immer überall mal gucken und mal die Luft schnuppern und mal schauen, was da so geht. Und ich, also, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Denkst du, du bist jetzt schon am Ende der Fahnenstange oder hast du noch was auf dem Zettel, wo du sagst, naja, da könnte ich ja auch mal reinschnüffeln noch? Ähm. Naja, also, ich hab ja, ich hab ja irgendwann mal im Juli, als ich diese, meinen Job Bewerbung abgesetzt hab, hab ich ja mal irgendwo reingeschrieben, was ich ja alles gerade nebenbei noch mache. Ja. Ähm. Also, ich hab zum Beispiel nie meinen Master gemacht. Ich bin jetzt gerade dabei, berufsbegleitend meinen Master zu machen. Dieser Master ist ein Kooperationsstudiengang mit einem Steuerrechtsinstitut, der mich auch gleichzeitig auf das Steuerberaterexamen nächstes Jahr vorbereitet. Das heißt, momentan hab ich 40 Stunden Woche, äh, drei Tage die Woche Steuerberatervorbereitung. Auch an einem Samstag voll, den ganzen Tag samstags und noch mein Masterexamen. Gerade alles parallel laufen. Ähm. Danach hab ich schon ganz klar für mich auch fokussiert, wenn ich das bestanden hab und das geleistet hab und das absolviert hab, dann soll auch, ich sag mal, in zwei Jahren Zeit vielleicht auch das Wirtschaftsprüfungsexamen machen. Und wenn ich das dann hab, dann können wir gerne nochmal über den sogenannten CPA, also C-P-A-Titel vielleicht. Was ist CPA, um das mal zu erklären? Äh, überlegen. Also der CPA ist der, ähm, Certified Public Accountant. Was hier in Deutschland der Wirtschaftsprüfer ist, ist nach US-GAP, also nach US-Steuerrecht, der Wirtschaftsprüfer. Okay. Ähm, und das, ja, mal gucken, ich hadere jetzt gerade so ein bisschen mit mir, ähm, ob's ein CPA wird oder einen sogenannten ACCA, also ACCA, ähm, im Vergleich ACCA zu CPA ist der ACCA auf UK-GAP beziehungsweise internationale Rechnungslegungsstandards ausgerichtet. Ähm, aber mal gucken. Das sind dann so Feinheiten. Aber... Das sind dann so Feinheiten. So nebenbei. So nebenbei. Oder weißt du, ich hab noch einen besseren Vorschlag. Mach doch einfach alle drei. Hast du noch genug Zeit? Ich bin noch 33. Guck mal, dann kannst du mit 40, kannst du sagen, so, Jungs, Hose runter, Beine breit, jetzt beginnt die Lismi-Zeit. Ja, also, ähm, wie ja schon jemand gefragt hat, kennt sie Privatleben? Gerade ist Privatleben ziemlich begrenzt. Ähm, ähm, und der Spagat zwischen Job und Lernen ist immens. Weil, ähm, weil natürlich hab ich auch die Tage, wo ich nach Hause komme und sag, oh nee, ich, der Tag hat mich schon geschafft. Ich kann mich heute Abend nicht noch für zwei, drei Stunden hinsetzen und lernen. So, und dann passiert das aber auch mal über, ja, über Tage und dann muss ich am Ende der Woche das aufholen an Lernmaterial, was ich die ganze Woche nicht geschafft hab. Also, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten gibt's da auf jeden Fall. Ich hab aber trotzdem das Gefühl, dass, dass Leute gar nicht so richtig wissen, was ich eigentlich beruflich mache. Naja, du machst halt sehr, sehr viel, würde ich sagen, ne? Also, du bist ja sehr breit aufgestellt. Weil das ist ja auch, also, in der Firma, also, so wie ich das jetzt entnehme, nur von dem Zuhören ohne diese private Kenntnis, machst du ja nebenbei auch noch was. Mhm. Die eine oder andere Sache. Mhm. Das bringt ja dieser Job mit sich. Ja. Das heißt ja, du machst nicht nur dein Master, du arbeitest in der Bude und du bereitest dich auf das Staatsexamen vor, sondern hast ja noch ein, zwei andere Baustellen. Und einen Freund hast du ja auch noch. Und einen Freund, den ich zu bespaßen habe, hab ich auch noch. Siehst du. Jetzt krieg ich vielleicht noch von drüben einen bösen Blick. Ja, aber du, das ist ja, wenn du dich dazu entschlossen hast, das zu machen, ist das doch ein, ist das doch schön. Wenn du, also, du scheinst ja wirklich Spaß zu haben daran, sonst würdest du es ja nicht machen. So, das würdest du, weil du kannst ja, also es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das jetzt auslegt, das ist ja absolute Quälerei. Und für dich sagst du halt einfach, ja, ich möchte das aber machen. Und das ist doch gut. Ja, vielleicht muss ich hier auch noch so ein bisschen eine Differenzierung vornehmen. Weil, ja, Steuerberatung, da brauchst du wirklich tiefe Kenntnisse in Steuerrecht. Ja. Auch Kenntnisse in Strafrecht, BGB, Gesellschaftsrecht und so weiter. Aber auf der anderen Seite haben wir dann wirklich auch den Bereich Wirtschaftsprüfung, wo diese Kenntnisse nicht zwingend vorausgesetzt werden. Also, ich kann in der Wirtschaftsprüfung arbeiten mit, ich sag mal, grundlegenden Kenntnissen über Buchhaltung oder zumindest bei meinem jetzigen Arbeitgeber, weil mein Arbeitgeber sehr viel Zeit und Geld darin investiert, ihre Leute zu schulen und da wirklich Leute einzuarbeiten. Und von daher, ich muss gerade lachen, was Fidin jetzt gerade in den Chat geschrieben hat, aber, das heißt, also, im Endeffekt kann jeder mit einem bisschen Training und ein bisschen logischem Denken ein Unternehmen prüfen. Das ist immer schön, wenn Menschen das aus ihrem Feld sagen und versuchen, andere zu erheitern und die sich immer so denken, naja, klar, natürlich. Das Ding ist, also, mit mir jetzt im Oktober haben bei meinem Arbeitgeber Leute angefangen, die noch nie vorher was mit Steuern oder Wirtschaftsprüfungen zu tun gehabt haben. Und die machen sich großartig. Aber natürlich ist das auch eine Sache des Eigenengagements. Aber das ist doch, also, wenn ich weiterkommen will und wenn ich mich wirklich eigentlich für den Beruf interessiere, ist Engagement immer ein Thema. Ja, das ist richtig, aber das fehlt halt in einigen Menschen. Ja, aber das ist das Bauchweh, was ich habe. Und ich glaube, deswegen war es mir auch ein Anliegen, ich sage mal, Werbung für den Beruf zu machen, hier heute bei dir. Weil gerade Wirtschaftsprüfung über dieses Dach der Steuerlehre gefühlt schwebt, obwohl es das eigentlich nicht tut. Und in dem ganzen Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung werden so viele Leute händeringend gesucht. Und man hat immer das Gefühl, niemand will dir einen Job machen, obwohl es einer der sichersten Jobs ist, die du eigentlich haben kannst. Weil immer, es tut sich immer in der Steuer als auch in der Rechnungslegung, ändern sich Gesetze, es ändert sich laufend irgendwas. Auch an beruflichen Standards. Oder man kriegt hier und da ein neues Mandat. Oder, also da tut sich so viel. Und Leute, ich habe immer das Gefühl, Leute haben so viel Angst, sich bei solchen Unternehmen zu bewerben. Also wenn ich heute nochmal die Wahl hätte, würde ich da auch reingehen. Also wenn ich heute die Möglichkeit, also wenn ich jetzt nochmal Anfang 20 wäre, würde ich da auch rein. Mit dem Wissen von heute. Weil? Weil es einfach so prägend ist für deine Zukunft, wenn du alt bist. Also ich merke das halt bei meiner Mutter. Meine Mutter ist einfach ein scheiß Fünfer. Wirklich. Meine Mutter ist Steuerfachangestelltin. Also in Anführungsstrichen nur, die es halt, was Geld angeht, ist sie ein Fünfer. Und das, du hast halt im Grunde genommen, bietet dir dieser Job die Werkzeuge zum Überleben. Und das wird immer gebrauchvoll. Steuern wird es immer geben. Immer. Und da ich handwerklich nicht der, sage ich mal, Meister bin, wäre das für mich definitiv eine Option. Und deswegen würde ich da reingehen heute. Weil ich würde händeringend, also sage ich dir so, wie es ist, wenn ich die Möglichkeit hätte, so wie du, ein Unternehmen reinzugucken, ich würde da händeringend, würde ich da reingucken. Ich würde das aufsaugen wie ein Schwamm. Weil das ist, wenn du in ein millionenschweres Unternehmen reingucken kannst und verstehst, was da passiert, bist du für den Rest deines Lebens safe. Weil da, das ist ja im Grunde genommen die beste Schule, die du durchgehen kannst, wo jemand etwas getan hat, was gut war und funktioniert und du das mitnehmen könntest und theoretisch adaptieren kannst. Absolut. Selbst wenn du sagst, hey, nach 15, 20 Jahren Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung will ich keine Kanzlei mehr von innen sehen, dann hast du trotzdem so viele Einblicke durch den Beruf erfahren, dass du vieles Positives mit in dein eigenes Unternehmen integrieren kannst. Also, ja, ich gebe dir da recht, ähm, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich bin wirklich, ich bin, ich selber bin neidisch auf dich, dass du das machen kannst, weil dir bringt das eine Menge. Und also, auch wenn wir, wir sprechen uns in 10 Jahren nochmal oder in 15, aus dir wird mal was ganz Besonderes. Und das meine ich jetzt nicht, um irgendwie zu, äh, zu schleimen oder sonstiges, sondern weil du einfach, du hast die Möglichkeiten dazu. Weil du kannst das sehen. Und du verstehst das, was da passiert. Und damit bist du so vielen Menschen voraus, dass du einfach irgendwann, also schon alleine, dass du das dribbelst, was du jetzt gerade dribbelst, damit machst du dich ja, bist du ja schon prädestiniert, irgendwann mal ne Führungskraft zu übernehmen, weil du nicht so schnell klein zu kriegen bist. Und dann hast du noch die Information direkt von der Quelle. Also nicht irgendein Buch oder irgendeiner, der dir irgendwas erzählt hat, sondern du hast es schwarz auf weiß, hast du es mehrmals gesehen. Du hast gesehen, wie es nicht geht, du hast gesehen, wie es geht und wie es funktionieren kann. Damit hast du schon eigentlich, damit hast du alle Werkzeuge, die dir, die notwendig sind zum Überleben. Äh, bin stets bemüht. Ich bin stets bemüht. Ja, ich sag mal, selbst das Ding ist, glaube ich, gerade in diesem Beruf, dranbleiben. An, wie sich Steuerrecht, wie sich die Reglements dahingehend einfach verändern und nicht quasi, weißt du, wie ich vorhin gesagt habe, einfach, du hast einen Titel erreicht und dann, wie sag ich es denn? Dann sackt man so ab, dann hat man keine, oder ich erlebe es bei vielen, die dann keine Ambitionen mehr haben und sagen, ja, ich habe jetzt meinen Steuerberater, den kann mir natürlich erstmal so keiner irgendwie wegnehmen. Aber im Endeffekt habe ich ausgesorgt. Aber ausgesorgt hast du für dein Leben lang nur, wenn du auch wirklich am Ball bleibst. Das stimmt, ja. Und ja, das ist auch immer mit einem gewissen Aufwand auch immer irgendwie verbunden. Aber ja, von nix kommt nix. Ich glaube, das fordert dir der Beruf einfach ab. Ja gut, das ist ja überall so. Aber das ist überall so. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagen darf, du. Von nix kommt nix. Ich habe so das Gefühl, dass, also ich weiß nicht, ich kann mich da auch täuschen, aber davon fühlen sich Menschen angegriffen. Ja, es ist einer dieser, ich bin da auch nicht auf den neuesten Stand der Dinge, aber es ist einer dieser Sprüche, die man eigentlich nicht mehr sagen darf? Nee, 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 der stand nirgends wo. Nein, 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 nein. Okay. Das, das nicht. Nein, 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 es geht einfach nur darum, dass, dass sich Menschen dadurch angegriffen fühlen. Von nix kommt nix. Weil, wer möchte denn drei Sachen gleichzeitig machen, auch heutzutage? Es sind ja wenige Menschen. Also, seien wir doch mal ehrlich, selbst irgendein Influencer, der mag vielleicht Glück haben und irgendwann mal im Spotlight landen, aber wenn er dafür nichts tut, um da auch zu bleiben, dann wird er da auch wieder schnell wieder rausfallen. Und so ist es aber überall auch, wenn ich nicht selber hinterher bin, an mir selber zu arbeiten und für meinen eigenen Weg etwas zu tun. Ja, okay, es gibt vielleicht die Leute, die dann sagen, hey, also, und die Menschen muss es berechtigterweise auch geben, die Menschen, die sagen, hey, ich sitze hier vielleicht an der Kasse und ich finde, ich finde es hier großartig. Und diese Leute sind genauso wichtig für die Gesellschaft wie alle anderen. Natürlich. Und deswegen, ich will nur sagen, ich will das nicht irgendwie klein oder schlecht reden, aber für mich wäre das, glaube ich, nichts, weil ich das Gefühl hätte, wie in meinem Ausbildungsberuf zu stagnieren. Ja. Ich feiere immer noch den normalen Menschen. Der normale Job. Handwerker, Friseur, Kranken, Schwester, Pfleger, die feiere ich alle. Die Bank durch, alle. Lkw-Fahrer. Ja. Küss ich. Also ich habe während meines Studiums, weil ich das selbst finanzieren musste, habe ich über so eine Personalagentur, habe ich für verschiedene Supermärkte an der Kasse gesessen. Das war die genialste Erfahrung. Weil diese Menschen eigentlich auch so viel, ja, wissen müssen, Warenkunde, wie eine Kasse funktioniert. Also jeder Beruf hat natürlich seine eigenen Anforderungen. Aber man tut das so schnell immer irgendwie ab, so der sitzt an der Kasse, der kann vielleicht nichts oder so. Oder, hey, die putzt nur, die hat sonst irgendwie in ihrem Leben nichts zustande gebracht. Aber ich, von diesen Stigmatas muss man halt irgendwie weg. Ja. Deswegen habe ich auch weniger Influencer-Freunde. Und mehr normale Menschen. So bleibt man wenigstens irgendwie im Leben stecken. Weil dann hat man irgendwie den Bezug nicht verloren. Ja. Der Jobtalk hilft da auch extrem, dass man den Bezug zum Leben nicht verliert. Absolut, ja. Also ich versuche dahingehend, mich auch nicht, also nur mit Leuten zu umgeben, die sich mit Steuern auseinandersetzen. Sonst bin ich dann nur den ganzen Tag damit beschäftigt, mich über sowas zu unterhalten. Ja, wollte ich was sagen. Da platzt ja auch über die Rüge. Ja. Absolut. Du bist übrigens die erste Person, die den kompletten Fragenkatalog, den ich mir vorbereitet hatte, von alleine abgearbeitet hat. Hey. Du hast alles von alleine erzählt. Dir musste man nichts aus der Nase ziehen. Also ich habe jetzt keine. Ich lasse dir natürlich das Wort. Das ist hier im Jobtalk ist dem so. Wenn ihr da draußen Fragen habt, Leute, ich denke, ihr dürft gerne frei raus. Ich würde das Lismi natürlich auch anbieten, falls ihr euch dafür interessiert, eure Fragen loszuwerden. Dann könnt ihr das sehr gerne tun. Denkt bitte daran, wir reden hier nicht über Mandate und irgendwelche fancy Dinge, die nicht rausgegeben werden dürfen, weil Lismi hat Schweigepflicht diesbezüglich. Also allgemein ist okay. Speziell, Vorsicht. Könntest du dir vorstellen, bei einer Firma wie PricewaterhouseCoopers mal zu betreiben? Kenn ich nicht mal. PricewaterhouseCoopers ist einer, die, wir sagen, weltweit Big-Four-Gesellschaften. Das sind die vier, ehemals fünf renommiertesten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Dazu gehört PwC, KPMG, D-Loyd, Ernst & Young. Ich bin aktuell bei einer dieser vier Gesellschaften angestellt. Einfach das Ding schon durchgespielt? Also das heißt, du bist schon bei den großen Mitspielern, MitspielerInnen gelandet? Ja, aber wenn man da verkackt, verkackt man auch, ne? Ja, ja, na klar. Aber du lernst quasi gerade bei den schweren Menschen. Die schweren Menschen im Sinne von, die da wirklich mit großen Dingen rum jonglieren. Ähm, jein, wir haben Mandate in aller Größe. Also von dem großen DAX-Unternehmen, aber auch bis zum kleinen Start-up. Also gerade was Berlin betrifft, es sind Start-ups gerade, ja, sowieso irgendwie immer ein Thema. Aber, ja, das, also wir betreuen alles, wenn wir den Zuschlag kriegen. Okay. Da kommt gleich eine gute Frage noch von Absolut. Spielt für dich der moralische Aspekt eine Rolle, Mandate anzunehmen? Oder gibt es für dich überhaupt Mitspracherecht? Ich sag mal jein und ich werde es auch gleich begründen. Ähm, jein insofern, ich muss, bevor ich bei einem Mandat arbeite, eine sogenannte Unabhängigkeitserklärung abgeben. Diese Unabhängigkeitserklärung bedeutet für mich, dass ich keinerlei private oder berufliche Hindernisse habe, um an diesem Mandat mitarbeiten zu können. Also wichtigstes Credo für, gerade für Wirtschaftsprüfer ist es, die Unabhängigkeit zu bewahren. Wir müssen eine, im Endeffekt, wenn wir, wenn wir einen Jahresabschluss testieren, so nennt man das. Also quasi, wir setzen einen Stempel drauf, dieser, ähm, dieser Jahresabschluss, der Anhang, der Lagebericht, also alles, was zum Jahresabschluss gehört, ist frei von wesentlichen Fehlern. Bevor wir da, ähm, ich sag mal, loslegen dürfen, müssen wir natürlich eine Erklärung der Unbefangenheit, ähm, dann eben auch entsprechend abgeben. Ähm, gibt es andere moralische, also andere moralische Prüfungen habe ich dahingehend auch schon gehabt, ähm, neben dem, neben dem großen Thema der Jahresabschlussprüfungen, ähm, gibt es auch sogenannte Sonderprüfungen. Ähm, also wir kennen, oder in den Medien waren zum Beispiel die Prüfungen, äh, nach EEG-Gesetz, also in den Medien war das dahingehend, dass diese EEG-Umlage abgeschafft werden sollte. Ähm, aber alles, was, ähm, was Klima betrifft, ist auch gerade, oder, oder wie nennt man das noch, was strukturellen Wandel, unternehmerischer Wandel, ähm, betrifft, betrifft auch die Wirtschaftsprüfung. Und hier gibt es auch eine Prüfung, mit der ich nicht so d'accord bin. Das ist eine, die Prüfung nennt sich eine Prüfung nach Carbon Leakage. Also, im Endeffekt geht es bei dieser Prüfung darum, zu bewerten, wie viele Abgase, wie viele Tonnen CO2 ein Unternehmen in einem bestimmten Wirtschaftsjahr, das muss ja nicht immer vom 01.01. bis zum 31.12. sein, ähm, ausgeschüttet oder in die Luft gepostet hat. Und kann dann beim, beim, ähm, ähm, ja, kann dann bei der Regierung beantragen, dafür kompensiert zu werden. Und da habe ich das erste Mal richtig Bauchweh gehabt, weil diese Prüfung findet statt unter der Prämisse, dass man nicht möchte, das Unternehmen ins EU oder Ausland. Ähm, ähm, abdriften. Ich verstehe natürlich den, den Aspekt dahinter. Man will ja Unternehmen im, im Inland behalten. Auf der anderen Seite sollte man das doch eigentlich umgekehrt machen, dass man Unternehmen dafür belohnt, wenn sie CO2-freundlich sind, anstatt, dass sie mit, weiß ich nicht, acht Hochöfen einen Haufen CO2 in die Umwelt stoßen. Also da habe ich dann gedacht, ja, so richtig gerne setze ich, setze ich hier meinen Stempel nicht mit drunter. Wenn das Sinn macht. Mhm. Hast du deinen Stempel trotzdem drunter gesetzt? Ähm, also, was heißt mein Stempel drunter setzen? Ich, ich, dadurch, dass ich noch kein Examensträger bin, setze ich nirgendwo sowieso meinen Stempel drunter. Aber, ähm, im Endeffekt, ja, ist dann Auftrag, Auftrag und, ähm, die, ja, für das Unternehmen geht es dann natürlich auch um die Kohle. Für das Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Okay. Umsatz ist Umsatz, wie bei allen anderen auch. Das ist korrekt. Habt ihr auch Privatleute, äh, als Mandanten? Natürlich, jede Menge. Okay. Auch wenn ich die Notwendigkeit dafür nicht sehe. Puh. Hahahaha. Ähm, aber, Also, warum, weil sie zu klein sind oder weil das keinen Sender gibt? Ganz ehrlich, ganz ehrlich, die Leute, die Privatleute, die, also, wenn wir Privatleute definieren, definieren wir Menschen, die aus nicht selbstständiger Arbeit ihr Einkommen erzielen. Also, die reinen, ähm, Arbeitnehmer. Ja. Personen. Ja. Entweder verdienst du so viel Kohle, dass es dir scheißegal ist, wer deine Steuer macht. Oder du bist einfach nur faul. Weil im Endeffekt gibt es so viele Tools und sogar Lohnsteuerhilfevereine, die dich dabei unterstützen und das für viel weniger Geld machen. Oder, ähm, 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 äh, Tools, die dich so gut durch deine Einkommensteuererklärung führen, dass es nicht notwendig ist, zu einem Steuerberater zu gehen. Willst du mir jetzt gerade sagen, ich soll das alleine machen? Ja. What? Ernsthaft? Nee. Am Arsch. Ich setze mich doch nicht hin und mache über das ganze Jahr den ganzen Käse. Ich muss ja jeden, ich muss ja wirklich jeden einzelnen, jede einzelne Buchung zu, also. Du bist ja auch nicht angestellt. Dankeschön. Du bist ja Unternehmer. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, ich habe schon kurz angefangen zu schwitzen. Ich brauche doch Ausgaben. Und wenn ich nicht so flotte Menschen wie dich bezahle, wen dann sonst? Hey, der Witz. Ich habe schon kurz angefangen zu schwitzen. Oh, ja. Nee, deswegen habe ich ja ganz klar gesagt, Privatleute, nicht selbstständige Arbeit. Ja, gut, aber wenn Privatleute so viel Asche verdienen, dass sie dir das geben wollen, ist das auch schön, oder nicht? Ja, klar. Also, wir haben auch diverse Vorstandsvorsitzenden und, die uns dann dafür bezahlen, die dann auch sagen so, nee, ist mir doch egal. Naja, die haben ja wohl mehr als genug. Mehr als genug. Also, ne? Ähm, hier kommt noch eine Frage, vielleicht kannst du sie beantworten, ich bin mir nicht sicher. Äh, kann man als technischer Betriebswirt auch Wirtschaftsprüfer werden? Ich sehe nicht. Wieso nicht? Hahahaha. Also, es gibt verschiedene Voraussetzungen, um zum Examen zugelassen zu werden. Ähm, genau, also sowohl beim Wirtschaftsprüfungsexamen, als auch beim Steuerberaterexamen. Ähm, wenn du jetzt sagst, deine Mutter ist Steuerfachangestellte, hätte sie, glaube ich, zwischen sieben und zehn Jahren Berufserfahrung nachweisen müssen, um zum Steuerberaterexamen zugelassen zu werden. Anders ist es zum Beispiel, ähm, anders ist das Beispiel, ich mit meinem Bachelorabschluss jetzt gerade benötige, warum auch immer, das ist eine, also, fragt mich nicht nach der Logik, denn ich verstehe sie selber nicht. Dass jemand als, mit einem Bachelorabschluss lediglich drei Jahre Berufserfahrung benötigt, um zum Examen zugelassen zu werden, mit einem Masterabschluss nur zwei. Wie gesagt, es erübrigt sich mir nicht die Logik, oder es erschließt sich mir nicht die Logik, wie man sagen kann, jemand, der aktiv im Beruf gearbeitet hat, hat mehr Kenntnisse als jemand, der einen Master hat. Ähm, ähm, ja, genau. Aber ja, wenn du als technischer Betriebswirt in einem Wirtschaftsprüfungs-, in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft landest, ähm, je nach beruflichem Abschluss musst du dann entsprechende, ja, praktische Jahre gegenüber der Kammer vorweisen. Und dann kannst du auch Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer werden. Na dann, Feuerweh. Wir haben übrigens noch eine wichtige Frage offen. Was verdient man als Wirtschaftsprüferin? Das ist ganz unterschiedlich. Das haben wir, ähm, das ist übrigens, das ist in jedem Job Talk dieselbe Antwort. Das ist gut, das ist schön. Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, was mein Chef verdient. Bitte, wenn das geht. Kann ja auch roundabout sein. Ähm, also mein Chef ist, ist, ja, Partner. Also er hat quasi den höchsten Rang in der Gesellschaft quasi erreicht. Und er hat sich so weit hochgearbeitet, dass er für den Standort, an dem ich bin, äh, auch die höchste Hierarchieebene erreicht hat. Und hier können wir dann schon mal sprechen von 500.000 Euro aufwärts. Im Jahr. Im Jahr. Dafür hat er hart gearbeitet. Gönnung. Dafür hat er auch hart gearbeitet. Und dafür trägt er auch unfassbar viel Verantwortung. Unfassbar viel Verantwortung. Ist er Angestellter, ja, ne? Ja. Okay. Mhm. Lohnt sich. Ich sag mal, ansonsten, ähm, wenn jetzt auch die Frage kommt, und als normaler WP, da sind durchaus, die Bandbreite ist halt zu groß. Das ist auch abhängig von der Gesellschaft, in der man arbeitet. Ähm, zwischen 100.000 und 250.000 Euro im Jahr drin. Lassen wir kurz sacken. Gut. Schön. Dafür ackert er, dafür ackert er aber auch ohne Ende, ne? Also wir haben ja jetzt, wir haben eine Stunde von dir gehört, was du machst, also, ne? Halte das immer in Relation, bitte. Und die Verantwortung. Du wirst ja wahrscheinlich für deine Arbeit auch haften, also jetzt gerade noch nicht so viel, denke ich, nehme ich an. Genau, also, ähm, aktuell bin ich, wie gesagt, nur zuarbeitender Kraft, aber, ähm, ja, weil ja auch die Frage kam, haften Steuerbüros für ihre Arbeit? Ja, tun sie. Wir versichern mit jeder Übermittlung eine Steuererklärung zum Beispiel, ähm, und wir versichern als Wirtschaftsprüfer, wenn wir einen Abschluss testieren, dass dieser frei von Fehlern ist und wir quasi nach bestem Wissen und Gewissen, ähm, unsere Arbeit geleistet haben. Ähm, hier kann man natürlich irgendwie, ne, Wirecard irgendwie aufrollen, inwieweit, äh, haben sich da die Wirtschaftsprüfer mit strafbar gemacht oder nicht. Ich habe auch steuerliche Mandate mit betreut, wo ich mit ganz viel Bauchweh, ähm, eine Steuererklärung übermittelt habe ans Finanzamt und mir tatsächlich auch vom Mandanten habe unterschreiben lassen, dass er uns alle, alle Unterlagen zur Verfügung gestellt hat. Ja, einfach aus dem Grund, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass besagter Mandant so ein Chaot war, dass wir nicht, dass wir nicht hundertprozentig dafür garantieren konnten, dass wir alle, alle Belege, alle Einkünfte wirklich ermittelt haben. Äh, und dann gefühlt stehst du dann auch mit, ja, blöd gesagt, mit einem Bein im Knast. Verantwortung. Ja, Verantwortung ist ein ganz großes Thema in unserem Dopp. Lachst du viel über deine Arbeit? Lache ich viel? Mhm? Über, also über deine Arbeit, mit deiner Arbeit? So, was du die letzten Jahre erlebt hast? Also es ist eine Mischung aus Lachen und manchmal Hände, äh, Hände schütteln, äh, Kopf schütteln. Ähm. Weil ich muss gerade sehr viel schmunzeln, wenn ich das höre. Ja. Das kommt mir alles so bekannt vor. Also nicht von mir. Ich wollte gerade sagen, spiegelt dich das irgendwie wieder? Äh, nee, 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 whoa, whoa, whoa. Also bis auf Schuhkartons ist für mich wirklich alles sortiert, wirklich alles. Alter, alles, weil ich hab mir das früh genug angewöhnt, äh, und hab auch sehr früh Menschen gehabt, die gesagt haben, ey, äh, sortier, Alter. Mach das ordentlich. Aber ich kenn halt so diese, diese Geschichten von, also ich kenn ja auch den ein oder anderen Unternehmer, der halt wirklich auch so mit fünf Schuhkartons aus dem, äh, Auto losfährt und aufmacht und das Steuerberater das hinstellt und sagt, ist alles da? Hm? Ja, ist alles da und dann eine Woche später kommt der nächste Schuhkarton und der Schuhkarton und dann fünfmal wird angerufen und der regt sich dann auf der Baustelle halt einfach auf. Alter, was wollen die die ganze Zeit von mir? Die soll ich am Arsch lecken? Es ist doch alles da. Und dann kommt der nächste Schuhkarton und der nächste Schuhkarton und der nächste Schuhkarton. Ja, und ich glaub, das verstehen viele Leute nicht. Steuerberater, also insbesondere Steuerberater, die sind so schlau, wie ihr sie füttert. Wir können nicht alles wissen und wenn ihr einen Vertrag mit, also einen Beratungsvertrag mit einem Steuerberater eingeht, unterzeichnet, unterzeichnet ihr damit auch die, die Klausel, dass ihr als Mandant alles nach Wissen und Wissen und Gewissen tut und eine Mitwirkungspflicht habt gegenüber eurem Steuerberater, damit der für euch die beste Arbeit erbringen kann. Jo. Und ja, also das ist super wichtig zu verstehen. Wir können euch beraten, ja. Wir können euch aber nur so gut beraten, wie ihr uns mit wahrheitsgetreuen Informationen füttert. Ja, das hab ich auch sehr früh lernen müssen. Sehr, sehr früh. Also je mehr man, also je mehr man einreicht, desto besser wird die Steuererklärung, hab ich, äh, hab ich gelernt. Es kommt auf die Qualität der Papiere an. Also wenn da nur privater Blödsinn dabei ist, dann den können wir da natürlich auch nicht absetzen. Nee, das natürlich nicht, aber man kann zumindest nachvollziehen, wo die Zahlungen hingehen und dadurch geht es einfacher von der Hand. Ja. Also es gibt auch inzwischen solche Tipps und Tricks wie, also ich glaub, DATEV sagt ja einigen irgendwie was, das ist ein, für die, die es nicht kennen, das ist eine große Steuerberatungssoftware, ähm, oder Buchhaltungssoftware, die die meisten Kanzleien, mit denen die meisten Kanzleien arbeiten. Da gibt's, sofern du deine Zustimmungen zum Beispiel dazu gibst, auch, ähm, auch eine Schnittstelle dann zu deinem Bankkonto kannst du da einrichten lassen. Und dann werden da immer, sofern der Steuerberater das dann abruft, dann deine Konten automatisiert in die Buchhaltung übertragen. Das ist meistens dann schon sehr viel wert. Jo. Das ist schon so viel wert, wenn man irgendwann fünf Konten hat und nicht immer überall den Kontoauszug haben will und dann, äh, irgendwann mal einen vergisst. Oh, dann ist die Hölle los, du. Ich entsinne mich an meine erste, an meine allererste, ähm, Steuererklärung. Ich hab zwei Kontenauszüge vergessen und hab sie auch komischerweise gelöscht. Uh, da war die Hölle los. Und das waren noch zwei wilde Monate und die Rechnung konnte nicht zugeordnet werden. Uhu, ich hab geschwitzt. Ha, 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 ha. Ja. Der Anruf war nicht so nett. Der erste Anruf war, sagen Sie mal, ähm, Herr Dissing, wollen Sie uns eigentlich verkackeiern? Äh, nee, wieso? Was denn? Ja, hier fehlen zwei, äh, hier fehlen zwei Kontenauszüge. Ja, ist das jetzt so schlimm? Mhm, das ist sehr schlimm. Ich musste wirklich irgendwie dreimal bei der Bank anrufen, bis ich die dann nochmal wiedergekriegt habe. Mein Steuerberater hat mich fast getötet. Oh, dann hat er aber eine kurze Schnur. Ja, der hat eine sehr kurze Schnur gehabt, weil, ähm, ich sehr jung war und halt auch mit dem, mit dem Verständnis da hingegangen bin. Ich stell meinen Schuhkarton hin und der macht das. Dem ist aber nicht so. Nee, nee, nee. Und dementsprechend, also ich will nicht sagen, dass ich mich so verhalten habe, aber für mich war es halt immer so, ich war halt genervt, wenn der mich angerufen hat. Also wirklich genervt. Und das fand er irgendwann auch nicht mehr so schön. Und dann hat er mal gesagt, naja, wissen Sie, wenn Sie so genervt sind, dann sind wir das eben auch. Und das ist eigentlich so schade, weil eigentlich ist doch der Steuerberater der beste Freund des Unternehmers. Das ist richtig. Ich freue mich jedes Mal, wenn der Steuerberater anruft. Und das meine ich ernst. Anders ist es beim Wirtschaftsprüfer. Der ist für die Unternehmen das Notwendige übel. Nee, der bitte nicht. Der kann, der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Der braucht nicht anrufen. Je weniger das, desto besser. Sollte man Kontoauszüge nicht abheften? Ja, das ist richtig, aber das wusste, Young Dizzy wusste das noch nicht. Jung Unternehmer, Content Creator, Startup, da hast du doch keine Ahnung von Steuern, nicht? Wer weiß denn, wenn er aufwächst, was von Steuern? Kein Mensch. Und du bist echt, das schwört so viel, kursiert so viel Blödsinn durch die Gegend. Nee. Ja, ich weiß gar nicht, zu wem ich das irgendwie letztens gesagt habe, es wäre so gut, wenn man anstatt einer, weiß ich nicht, einer Gedichtsinterpretation in der Schule einfach schon ein bisschen Steuerlehre hätte. Ja. Es würde so vieles erleichtern. Ja, es wäre schön, weil dann wissen Menschen, dass das gar nicht so schlimm ist. Ja, ist es auch nicht. Also deswegen, man hat so unnötig Angst vor der Steuererklärung und vor der Steuerwelt. Ähm, und gerade bei, ich sag mal, dem kleinen Privatmann, dann denke ich mir, ja, für euch tut sich doch gar nicht so richtig wirklich was. Im Endeffekt müsst ihr es nur runterschreiben. Aber selbst, ja, selbst damit sind ja viele überfordert, weil Bürokratendeutsch ist einfach alles. Scheiße. Erschwert. Man versteht es ja auch nicht. Sag mal ehrlich, man versteht es nicht. Wenn man damit wirklich nicht viel zu tun hat, versteht man das nicht. Mhm. Also ich musste, ich entsinne mich noch dunkel, ich sollte mal bei der Elster, äh, sollte ich das Gewerbe fertig machen. Jetzt hat mein Steuerberater angerufen, ich habe gesagt, wie viel Geld wollen Sie haben, dass Sie das machen? Wieso? Ey, es tut mir leid, aber nach dem dritten Feld, wo ich das dritte Mal denselben Scheiß eintragen musste, war ich raus. Tut mir leid, da habe ich überhaupt keine Geduld für so einen Quatsch. Wieso, das ist doch voll schön. Ich so, naja, ob ich da jetzt noch zehnmal 100.000 Euro eingebe? Reicht das nicht auf einer Seite? Nee, tut uns leid. Das müssen Sie halt nur wirklich leider machen. Ich sag, wie viel Geld, damit Sie das bitte machen? Okay, wir rechnen Ihnen das ab, wir machen das für Sie. Dankeschön. Also es ist schon, es ist gar nicht so simpel. Also wenn man drinnen ist, ist es simpel, aber so, boah. Also ich, auch gerade im privaten Rahmen arbeite ich eher mit Elster, also auch für meine private Steuererklärung. Ja. Und da hat sich auch so viel meiner Meinung nach, ja, Kompliziertes, Unnötiges getan. Ich war zum Beispiel, also es gab vorher ein Steuerprogramm von Elster, jetzt passiert das alles nur noch online. Ich war großer Verfechter und großer Freund des Programms, weil gerade für diejenigen, die nur Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit erzielen, die konnten am Ende des Jahres ihre Lohnsteuerbescheinigung nehmen und eins zu eins darunter kopieren. Einfach die Zahlen eintragen, das war absolut selbsterklärend. Ich fand das ganz klasse. Und jetzt ist es in Elster über mehrere Felder, über mehrere Seiten, dann ändert sich auch von Jahr zu Jahr auch gerne mal eine gewisse Zeile, das kriegt dann alles an neuen Namen, wo ich mir dann denke, warum? Ja, danke, das denke ich mir bei jedem Scheiß. Ranking-Zettel, den ich ausfüllen muss. Warum zu fick muss ich euch zum fünften Mal meinen Namen sagen? Das wisst ihr doch nun schon seit Jahren. Lasst mich doch einfach, ihr wisst es doch, fragt mich, lasst es nicht nochmal. Ich glaube, deswegen machen so viele auch keine. Nicht jeder ist verpflichtet. Also tatsächlich, wenn du nur, und das ist jetzt keine Steuerberatung, das ist nur eine Information, es sind nicht alle dazu angehalten, eine Steuererklärung zu machen, wenn du zum Beispiel nur Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit beziehst und wir lassen jetzt, also dazu zählen nicht die Leute, die jetzt während Covid mit Kurzarbeitergeld kompensiert wurden, die sind eigentlich nicht dazu verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Ich denke mir dann immer natürlich, warum schenkt man dem Staat freiwillig Kohle, aber im Endeffekt sind sie nicht dazu verpflichtet. Ich kenne super viele, die das nicht machen. Super viele. Ja, die sind aber auch am Wochenende zum Grillen eingeladen, wenn du verstehst, wie ich meine. Sehr häufig. Ja. Die grillen wirklich sehr viel im Jahr. Hm? Die schirren das Feuer an mit ihren privaten Belegen und so weiter, oder wie meinst du? Nein, also ich versuche das nett zu beschreiben. Es ist sehr dunkel am Wochenende, wenn du verstehst, wie ich meine. Ich glaube, ja. Ja, und dann muss man ja auf dem Grill Licht anmachen. Da braucht man ja Hilfe. So bin ich aufgewachsen übrigens. Also deswegen habe ich auch nicht so einen guten Kontakt zu diesen ganzen Finanzsachen. Also mittlerweile geht das schon. Aber ich bin wirklich um jeden froh, der einem da so ein bisschen durch diesen Dschungel hilft. Und das fand ich auch bei dir, als wir uns kennengelernt haben, fand ich das so schön, dass du das so in Einfachheit erklären kannst. Also du... Ja, wobei, als wir uns kennengelernt haben, hast du auch erstmal geschluckt, nachdem ich dir gesagt habe, was ich beruflich anstrebe und mache. Ja, natürlich. Also, na klar, weil es ist ja auch ein gutes Brikett gewesen, was du dir vorgenommen hast. Aber war ja schön. Also ich kann mir hier entsinnen. Ich glaube, ich habe dich sogar noch ermutigt, das zu machen, weil das halt gut ist. Also nicht jetzt diesen Wirtschaftsprüferweg, sondern dass du das halt weiter verfolgst, weil zu dem Zeitpunkt wusstest du es ja, glaube ich, auch noch nicht so richtig. Ja, irgendwie sowas ist gutmöglich. Ja. Aber ist doch geil. Ist doch schön. Ich freue mich für dich. Dann hören wir uns in drei Jahren wieder und dann hast du noch mehr auf dem Kessel. Ja. Ich habe da, also... Ich bin halt gerade in einer Position, wo ich da ehrlich gesagt auch Bammel davor habe, ne? Weil im Endeffekt durch das Steuerberaterexamen fallen nicht ohne Grund über 60 Prozent der Teilnehmer und mit Examen und mit höheren Positionen kommt auch so viel Verantwortung, wo man auch für sich abschätzen muss, ob man diese Verantwortung auch eigentlich haben möchte. Ja. Und mal gucken. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Du hast eine super Vorbereitung. Du kannst in so viele Unternehmen reingucken. Du hast Wissen for free. Und wirst, nee, du wirst für dein Wissen sogar noch bezahlt. Wirst für mein Wissen sogar noch bezahlt? Und das? Ja, weil, also vielleicht für die Leute, die das tatsächlich interessiert, den Tipp, schaut euch die Arbeitgeber gut an. Es gibt Arbeitgeber, die diese Examinerkosten auch zum Teil erstatten und mittragen und andere nicht. Und es gibt dann so Sachen wie Examsfreistellung, bezahlte Freistellung, die man für diese Examiner auch braucht und benötigt. Aber, also ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mich kostet mein Steuerberaterexamen um die 25.000 Euro. Und die Kohle muss irgendwo herkommen. Und wenn sich da mein Arbeitgeber dran beteiligt, dann freue ich mich umso mehr, weil ich auch sehe, dass mein Arbeitgeber auch daran interessiert ist, dass ich diese Examiner ablege und bei ihm bleibe. Und inzwischen, also mein alter Arbeitgeber hat das nicht zugesteuert, hat da kein Geld zugesteuert. Das heißt, ich habe das alles aus eigener Tasche gemacht. Und ja, dann überlegt man sich, wo die Reise für einen Persönlichen hingeht und was einem wichtig ist im beruflichen Alltag. Dein Jetziger macht das aber? Mhm. Tja, die wissen halt, dass das Gute ist ja immer, Menschen oder Firmen, die gut zaster machen, mit einem Job mit viel Verantwortung, die wissen schon, wo sie Geld ausgeben müssen. Weil das möchte ja, also ich sage mal so, dein aktueller Chef, der möchte ja irgendwann auch mal in den Ruhestand gehen und dann weiter abschröpfen und muss sich ja darum kümmern, dass das läuft, wenn er nicht da ist. Absolut. Weil er möchte, er will ja auch weniger Verantwortung haben irgendwann. Also wenn er dir, das Ding ist ja, guck mal, wenn du jetzt 33 bist und sagen wir mal, du bleibst jetzt noch 10 Jahre in dem Unternehmen drin, dann kann er sich ja darauf verlassen, dass du in den 10 Jahren das gelernt hast, was wichtig ist, wenn er mal ruhiger macht. Ja. Also ist das ja für ein Unternehmen, vor allen Dingen ist das ja, sagen wir mal so, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du das steuerlich sogar noch gelten machen kannst. Mhm, natürlich. Also hast du ja dementsprechend auch wieder noch einen, drückst du, senkst du ja dein... Mein zuversteuernes Einkommen, ja. Ja, korrekt. Also die sind ja nicht dumm. Also groß, die sind ja nicht so groß geworden, weil sie nichts können so. Nee. Nee, definitiv nicht. Aber vielleicht um da, gerade auch bei einer Big-Four-Gesellschaft vielleicht die Hürde zu nehmen, wir befinden uns gerade in einem Arbeitnehmermarkt und die Hürden und Schwellen, gerade auch in einer Big-Four-Gesellschaft zu landen, sind nicht mehr so hochgeführt, wie sie es mal waren. Zumindest aus meiner Erfahrung heraus. Und diese großen Gesellschaften, die geben dir halt auch so viele verschiedene Möglichkeiten, auch dich zu spezialisieren oder dich auch dann mal in anderen Teams weiterzuentwickeln. oder auch mal ins Ausland zu gehen. Irgendwie sowas. Das ist alles irgendwie möglich. Und das hast du nur bedenkt bei kleineren Gesellschaften. Also ich verstehe das Argument, dass viele oder dass diese großen Gesellschaften so attraktiv sind. Aber man muss auch entsprechend dann was leisten. Also ja, man kann nicht nur einfordern, man muss auch leisten. Was geben. Genau. Das ist aber überall so. Ja. Ja. Also ich habe jetzt so keine Fragen mehr. Wenn du noch gerne was losmachen möchtest, kannst du das gerne machen. Ich fand das super schön. Das hat mir mal wieder ein bisschen... Wir haben uns schon lange nicht mehr unterhalten. Das letzte Mal, als wir Fotos gemacht haben. In 2018. Das letzte Mal, als wir Fotos gemacht haben. Ja. In 2018, Mann. Und ich wollte doch mit deinem Mann noch mal grillen und dir. Das Angebot steht immer noch. Kommst einfach mal zum Grillen vorbei. Ja, wenn mein Auto da ist, grillen wir. Versprochen. Oder sollte es im Winter noch kommen, essen wir Grünkohl. Oh, kann der das gut? Wir machen das sehr gut. Wirklich? Sehr guten Grünkohl. Okay, dann Grünkohl. Okay, dann muss ich das Auto beeilen. Ja, du, das ist... Reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Emotional damage. Emotional damage. Ja. Aber das machen wir sehr gerne. Würde ich mich freuen. Ich muss sowieso mit deinem... Mit deinem... Ich sag mal Gatten sowieso noch mal sprechen. Ich hab da einen Anstrengang. Oh. Ja, ja. Ich hab da was vor. Oh, sehr gut. Okay, dann tu das. Ich glaube, er hat zu. Ich glaube, er lauscht. Nicken, wenn du lauscht da drüben. Ja, er ist hier. Ich weiß, dass er da ist. Ähm, aber ich glaube, er hat sich auch überlegt, äh, deinem Job-Talk mal zu joinen. Soll er tun. Soll er tun. Ich warte. Ich warte. Ich warte wirklich sehnsüchtig darauf, dass er sich endlich meldet, weil das ist auch ein, ein sehr interessanter Werdegang. Weil da ist das ja auch sehr komplex und viele Dinge. Also, do it. Please. Mach. Ja, weil bei ihm wahrscheinlich noch chaotischer und krasser und, ähm, wilder als bei mir. Ja, eben. Aber das ist ja sehr interessant, weil das zeigt ja dann wieder den Menschen, was man so machen kann. Also muss ja nicht jeder mit 20, äh, ne, schon Steuerberaterin sein. Ja. Ja. Ja, aber ich glaube, es sind gerade noch ein paar Leute vor ihm. Ich müsste noch ein bisschen warten. Aber es wäre bestimmt ein interessanter Tag. Ja. Ja, sehr gerne. Also es ist ja bei der Terminvergabe, äh, äh, ist ja alles easy peasy. Easy peasy. Und außerdem, den würde ich bestimmt auch durchmogeln. Dann, dann machen wir einfach, gehen wir in die Vergangenheit und 2019 kommt auf einmal eine WhatsApp-Nachricht, wo, wo er schon geschrieben hat, hey, Job-Talk, Bock hab ich, will ich. Da gab's das noch nicht mehr. Er hat mit. Hey, also ich kann auch Sachen frisieren, dass sie so aussehen, als wenn sie stimmen. Photoshop macht's möglich. Ich glaube, in Photoshop kann er dir, glaube ich, noch mehr beibringen, als umgekehrt. Das ist absolut richtig. Das weiß ich, äh, das ist ja der Traurige, das Traurige daran. Ne, nicht das Traurige daran, das ist gut, ja. Oh, schön. Es hat mich wirklich sehr gefreut für deinen, äh, für deinen Besuch heute. Mich auch. Wenn sonst keine Fragen sind, dann verabschiede ich mich. Ich hab keine großartig gelesen mehr. Gut. Super. Also, wir, wir haben übrigens heute den 13.11.2022. Wir hören uns, äh, in drei Jahren, war richtig, bist du fertig, ne? Ja, gib mir, gib mir mir. Fünf? Lassen wir es auf uns zukommen und ich, 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 gib dir immer mal wieder ein Update. 13.11.2027, nächster Talk mit Lismi. Wir gucken, wo sie ist. Wir brauchen, wir brauchen das Folgeinterview. Oh je, no pressure there. Der Witz ist, ich schreibe mir das jetzt wirklich in den Kalender. Das will ich sehen, das will ich sehen. Ich schreibe mir, ich, Ich schreibe mir das jetzt auf. Was haben wir gesagt? 20.27. Ähm, November? Der 11.11.2027, Talk mit Lismi. Habe ich notiert. Es geht um 14 Uhr los. Und ich mache, ich mache eine Erinnerung, ähm, eine Woche vorher. Und, äh, ein Tag vorher. Habe ich mir jetzt notiert. Hier. Ich, äh, es gibt ein Proof. Hier, Chat. Moment. Da steht's. 11.11.2027, Talk mit Lismi. 14 Uhr bis 15 Uhr. Ist ein Donnerstag, aber ist okay. Das steht Lismi, das finde ich nicht. Lismi, die kenne ich nicht. Entschuldigung. Das hat das Handy gemacht. Ach, Mann, ey. Oh. Das ist, das ist gemein jetzt. Ich fühle mich noch nicht verpflichtet. Es, es tut mir leid. Muss ich dir jetzt, muss ich dir jetzt ein Dokument schicken? Das hat jetzt wirklich das Telefon gemacht. Ja. Das ist L-I-Z-M-I-E. Gut, jetzt habe ich das gemacht. Pass auf, jetzt sage ich es dir nochmal. Fühlst du dich jetzt verpflichtet? Ja. Okay. Gut. Dann haben wir, äh, dann haben wir jetzt offiziell. Da fehlt noch ein S. Wieso? Was denn jetzt? Wieso? Warte, 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 warte. Warum fehlt da jetzt ein S? Oh, tatsächlich. Kann ich nicht einfach Lisa schreiben? Du kannst auch gerne Lisa schreiben. Nein, das ist dann nicht verpflichtend. Oder, nein, du kannst... Nein, das ist jetzt nicht verpflichtend. Wir machen das jetzt hier. Weißt du, was du in deinen Kalender schreibst? Was denn? Talk mit deiner neuen Steuerberaterin in 2027. Was denn? Moment. Warte. Das finde ich viel besser. Talk mit, äh, Lismi slash meiner neuen Steuerberaterin. Ja, da bin ich ja manchmal Steuerberaterin. Nein, da bin ich gar nicht... Das finde ich viel besser. Habe ich jetzt auch aufgeschrieben. Ja. Das ist jetzt Proof. Das ist ein offizielles Dokument hier. Da. Das ist jetzt ein offizielles Dokument. So, das ist, äh, das ist die Kundenakquise hier. Ja. Ich finde... Ich finde die Bewerbung von Paul so schön. Zwei Sätze, alle so ein riesen Ding. Ach, scheiße, Dizzy kennt mich schon. Zwei Sätze werden wohl reichen. Der orgelt mich dann durch. Vitamin B. Ja, genau. Vitamin B. Ich wünsche euch beiden ein unglaublich schönes, äh, Restwochenende. Viel Spaß in den Pyjamas. Und vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Erklärung. Gerne, jederzeit. Das hat mich sehr gefreut. Chat sagt Tschüss. Und dann gebe ich dir die restlichen zwei, drei Sätze, was auch immer du gerne loswerden möchtest. The stage is yours. Und Tschüss. Ganz einfach. Ich liebe solche Menschen.